Natürlich mein Amtsantritt an der TU Braunschweig, das wird mir sicherlich sehr in Erinnerung bleiben. Ich habe so viel Zeit mit meinen Kollegen, mit meinen Kumpeln, mit meinen Freunden, einfach gegen Gymnosen. Ich bin dankbar für meine Kollegen, Freunde und Familie, die für mich diese Transition sehr, sehr einfach gemacht haben, insofern die Herausforderungen, die mit der Pandemie kamen. Gesundheit auf jeden Fall. Also zum Glück, mein Mann und ich, wir haben Corona überstanden und die Menschen in meiner Familie und Frontkreise sind alle gesund geblieben. Dankbar bin ich dafür, dass ich hier so herzlich aufgenommen wurde. Da bin ich sehr, sehr dankbar für und freue mich weiterhin jeden Tag darüber. Dankbar bin ich auch dafür, dass es uns ermöglicht wurde, die Wissenschaft so gut einzuspannen in der Begleitung der Pandemie. Am Anfang hatte ich keinen Kontakt, diese ersten sechs Monate. Alles online, alles mit Laptop. Dann haben wir uns wieder getroffen. Ich war wieder in einer Party. Das war Hammer. Ich konnte das nicht beschreiben. Für mich persönlich diese Vorweihnachtszeit, das ist wirklich sehr spannend für mich. Da habe ich zum Beispiel mit den Nachbarn und Kindern zusammen Plätzchen gebacken. Und ja, da habe ich viel Kinderlieder gelernt. Da habe ich mein Deutsch gelernt. Ich denke zurück, ich und meine Cousins sind immer zusammengekommen und wir machen Gingerbread-Hausen. Das war immer etwas, was wir als Familie gemacht haben. Und am Weihnachten hat meine Mutter uns immer ein Geschenk eröffnet. Es ist meistens immer Pajama, aber es ist etwas, was wir machen. Wir werden hier in Braunschweig ein paar Tage verbringen und dann auch noch zu meiner Mutter fahren in das Rheinland. Ich glaube, nächstes Jahr bin ich durch, bin ich fertig mit meinem Studium. Das freue ich mich so sehr. Ich freue mich darauf, wenn wir die Sorgen und die wirklich sehr großen Belastungen der derzeitigen Situation wieder etwas hinter uns lassen können. Also ich wünsche mir wirklich, dass ich wieder nach China fliegen kann. Ja, also wieder meine Familie in den Arm nehmen zu können. Ich wünsche dir Ihre Aufmerksamkeit und wie es im Jahr 2021 ist. Wir gehen auf 2022! Ich hoffe, dass es besser geht als das jetzt vorher ist. Für alle der Universität der TU Braunschweig, Les deseo un feliz Año Nuevo, una feliz Navidad, felices fiestas, disfrutenlo, pasenlo muy bien en familia y son siempre bienvenidos aquí. Ich wünsche allen TÜU Braunschweig de同学,同事,還有老師,祝福你们身体健康,万事如意, 也希望你们在新的一年里面有新的收获,健康最重要,祝你们一切順利,谢谢. I wish everyone at TÜU Braunschweig a wonderful holiday season and for health and happiness in the new year. Thank you for being a great and supportive community. Dear partners, dear universities all around the world, dear scientists, wherever you are, dear alumni, I wish you the very best for the rest of the year and all of us a wonderful 2022 with lots of laughter, lots of joy and a lot of health. Good luck and take care. Good luck and take care.